Hallo und herzlich willkommen bei Motorform. Heute geht es um zehn Fehler, die man beim Kauf eines Oldtimers, wie zum Beispiel dem Mercedes SL der Baurea 107, unbedingt vermeiden sollte. Es geht nicht um spezielle Schwachstellen wie Rost und so weiter, sondern es geht um zehn allgemeine Fehler, die gerne gemacht werden. Das ist meine persönliche Meinung, die man aber unbedingt vermeiden sollte. Viel Spaß dabei! Fangen wir an mit der Nummer 1, der berühmte Online-Blindkauf. Gerade in den Hypejahren 2017-18 war es sehr beliebt auf der eBay-Plattform eBay Motors in den USA, wunderschöne SLs, gerne 560 SL oder 380 SL, einfach blind zu kaufen. Die Wagen sahen super aus, waren top beschrieben, schienen fantastisch zu seinem Zustand und konkurrenzlos günstig. Man hat aber dabei leider vergessen, dass die Amerikaner Meister des Verkaufens sind. Das ist wirklich das, was die Amis am besten können, einen Gegenstand perfekt hinzustellen, darzustellen, aufzubereiten und zu beschreiben. Außerdem muss man bedenken, dass die Amerikaner eine ganz andere Sichtweise auf den Zustand eines alten Fahrzeugs haben. Wenn der Wagen geradeaus fährt, ist er technisch in Ordnung, um es jetzt mal überspitzt zu betrachten. Ich habe in jenen Jahren nicht selten mit frischen Besitzern eines SLs aus den USA gesprochen. Die haben den Wagen gerade frisch bringen lassen, haben noch viel Geld investiert in den Transport, in die Abholung. Und dann kam eben das bittere Wagen, dass doch viel mehr Folgekosten entstehen und man hat er sich möglicherweise nicht ausgemalt, was am Ende für einen Gesamtkostenpunkt da auf der Rechnung stünde. Mein Rat lautet daher, unbedingt das Fahrzeug immer selbst begutachten, niemals blind online kaufen. Man kauft die berühmte Katze im Sack. Fehler Nummer zwei, ich mache keine Probefahrt. Der Wagen steht tipptopp da, der Verkäufer ist seriös, brauche jetzt keine Probefahrt. Falsch. Oftmals wissen selbst die Verkäufer nicht, weil der Wagen lange gestanden hat, dass kleine Dinge schon wieder defekt sind. Das kann die Klimaanlage sein, es können irgendwelche Lämpchen sein, Scheinwerfer, Einstellungen, was auch immer. Das alles mag einen vielleicht nicht vom Kauf abhalten. Es dient aber dann durchaus, sich über den gesamten Kostenrahmen ein besseres Bild machen zu können und das unter Umständen mit dem Verkäufer eben noch zu verhandeln, so dass man am Ende den Wagen so zu diesem Kostenangebot hat, wie man ihn eigentlich übernehmen wollte. Denn auch kleine Reparaturen, gerade wenn es die Klimaanlage betrifft, können schnell mal ins Geld gehen. Deswegen alles ausprobieren und unbedingt, mein Rat, unbedingt eine Probefahrt machen. Denn nur dann kann man wirklich ein Gefühl für das Auto bekommen und ein Gefühl für den Zustand des Fahrzeugs. Fehler Nummer drei, Sie nehmen kein Fachmann mit. Sie gehen da einfach alleine hin. Warum sollte man jemanden mitnehmen, der sich mit dem Auto wirklich auskennt? Das hat zwei entscheidende Vorteile. A, er kann Ihnen die Mängel und die Problemzonen zeigen, die Sie vielleicht selbst nie entdeckt hätten. Oder manchmal kann er auch Probleme relativieren und sagen, habe ich auch schon mal gehabt, ist gar nicht so teuer, kannst du trotzdem kaufen. Und der zweite unschätzbare Vorteil B ist, dass der mitgebrachte Fachmann oder derjenige, der sich auskennt, natürlich nicht so euphorisch ist. Der sieht das Ganze nüchtern und sagt, pass mal auf, ich weiß, du hast dich schon in das Auto verknallt, aber sieh hier und da, das ist problematisch. Da finden wir noch ein besseres Auto oder finden wir noch ein Auto, was besser zu dir passt, der ist etwas klarer in der Birne, um es jetzt mal salopp auszudrücken. Ich weiß wirklich, wovon ich spreche. Mein Rat, unbedingt jemanden mitnehmen, der sich mit dem spezifischen Fahrzeug auskennt. Und das führt uns eigentlich schon zu Fehler Nummer vier, sich nicht über die Problemzonen des etwaigen Autos vorher informieren. Es gibt heutzutage so viele Möglichkeiten, sich zum Beispiel, nehmen wir mal nochmal das Beispiel SL, sich zu informieren, wo sind die Schwachstellen, wo sind die Problemzonen bei diesem Fahrzeug. Da gibt es den Club, der gibt sogar einen Ratgeber raus, worauf man achten muss. Dann gibt es natürlich YouTube-Videos, hunderte, tausende YouTube-Videos über diese Baureihe und sicherlich auch über den entsprechenden Rhodes, über den entsprechenden Jaguar, über den Fiat, über den Opel, über den Ford, gibt es alles. Alles aufsaugen, sich informieren und gut geschult das Auto angucken. Je mehr man vorher schon weiß und je mehr Probleme man schon erfahren hat, desto besser kann man das Auto beurteilen, was man sich anschaut. Ein Beispiel beim SL, die Spaltmaße von Türen. Natürlich wird jeder Verkäufer sagen, ja, die Tür muss mal nachgestellt werden. Klar, sagt das jeder Verkäufer. Es gibt aber keine Möglichkeit, die Tür nachzustellen, wenn die Spaltmaße auf vor und hinter der Tür jeweils nach oben sich öffnen. Wo soll ich die Tür hin verstellen? Das zeigt eindeutig an, dass das Auto mindestens einen Unfall hatte oder aber eine schlecht gemachte Schwellerreparatur. Das heißt, das Auto ist krumm. Da kann ich nichts mehr einstellen. Und da solche Probleme muss man einfach vorher kennen, denn das sind strukturelle Probleme. Dann kriegt man ja das Hardtop nicht mehr richtig rauf, weil das Auto einfach krumm ist. Auch hier weiß ich, wovon ich spreche. Habe ich auch schon gehabt, ist lange her, 30 Jahre her. Trotzdem, ich möchte ja, dass meine Zuseher auch so ein bisschen von meinen Fehlern lernen und deswegen mache ich heute diese Liste. Fehler Nummer fünf. Sie betrachten das Fahrzeug als reines Investment. Sie möchten damit Geld verdienen. Das halte ich für schwierig in diesen Zeiten. Es gab durchaus mal 2017, 18 im Moment, wo man das machen konnte, wo die Autos immer teurer wurden. Die Zeiten sind aber vorbei. Im Moment ist es eher schwierig, mit so einem Fahrzeug Geld zu verdienen, wenn man jetzt nicht ein professioneller Händler ist und die Autos sehr, sehr günstig einkauft. Ja, so ein Fahrzeug hat einen gewissen Werterhalt. Es ist natürlich viel interessanter, als wenn ich jetzt ein neues Auto mir kaufe, das drei Jahre fahre und dann 50 Prozent des Wertes verliere. Fast immer automatisch. Das passiert bei einem Oldtimer eher selten. Trotzdem, Geld zu gewinnen ist sehr, sehr schwierig. Und außerdem hat niemand eine Glaskugel. Niemand weiß, wie sich der Markt entwickeln wird. Das wusste man 2013, 14, 15, wo das losging mit dem Oldtimer-Hype auch nicht. Und so weiß man es heute auch nicht. Der Markt kann sich weiter beruhigen. Das kann schwieriger werden. Vielleicht zeigt die Kurve auch aus irgendeinem Grund nach oben. Weiß keiner. Aber mit dem Vorhaben, Geld zu verdienen, sich so ein Fahrzeug zuzulegen, davon rate ich auf jeden Fall ab. Kaufen Sie sich so ein Fahrzeug, um damit Spaß zu haben. Nicht um vielleicht Geld zu verdienen. Und das führt mich eigentlich auch direkt zu Fehler Nummer 6. Ich kaufe mir so ein Fahrzeug, um es wegzustellen. So ein Fahrzeug, ein Automobil, ist zum Fahren gemacht. Na klar, es gibt vielleicht Menschen, die haben eine Halle voller Oldtimer und haben sich da so eine Art Privatmuseum aufgebaut. Da mag es sinnvoll sein, nach dem Auto zu suchen, mit nur 5000 Kilometer auf der Uhr, völlig unrestauriert, das dann da steht und wie in so einem Wachsfiguren-Kabinett diese Baureihe oder dieses Fahrzeug jetzt repräsentiert. Mag für den einen oder anderen Sinn machen. Die meisten unter uns, machen wir uns nichts vor, möchten so ein Fahrzeug, um ab und zu mal damit auch zu fahren. Und ich plädiere dafür, nicht nur ab und zu zu fahren, sondern viel damit zu fahren. Denn es sind Fahrzeuge, keine Stehzeuge. Und in der Regel ist es auch so, dass die Fahrzeuge eher durchs Stehen kaputt gehen und nicht durchs Fahren. Selber habe ich ja in den 90er, 2000er Jahren so ein Fahrzeug, ein 500 SL, ein Silbernen, als Altersauto benutzt. Und Reparaturen hat der eigentlich relativ wenig gehabt. Es ging wenig kaputt. Wenn ich eine Garage gehabt hätte, mitten in Berlin, dann wäre wahrscheinlich auch noch erhalten, hätte das Rostproblem nicht bekommen und würde den Wagen heute immer noch hier stehen haben. Aber durch die reine Mechanik war immer picobello, obwohl der Wagen viel Kilometer runter hatte. Im Gegenteil, eher wenn die Fahrzeuge selten gestartet werden, selten benutzt werden, dann hat man eigentlich jedes Mal irgendein kleines neues Problem, was dadurch zustande gekommen ist, dass diese Teile einfach nicht bewegt wurden. Deswegen plädiere ich dafür, mein Rat, so ein Fahrzeug unbedingt zum Fahren kaufen und das Auto dann auch benutzen. Und keine Angst mal vor einem kleinen Regenschauer haben oder keine Angst mal das Auto irgendwo vor der Eisdiele zu parken. Wenn man ein Auto hat mit nur 20.000, 30.000 Kilometer auf der Uhr, will man das alles nicht machen. Aber man kauft sich so ein Auto eigentlich oder sollte sich so ein Auto eigentlich nicht kaufen, um es nur hinzustellen und nur anzugucken, dann kann ich mir auch ein Foto an die Wand hängen, sondern man will es ja erleben. Und das macht man am besten mit einem Fahrzeug, was auch schon ein paar Kilometer runter hat, dass es jetzt nicht wehtut, wenn man pro Jahr vielleicht 3, 4, 5.000 Kilometer noch drauf fährt. Fehler Nummer 7. Sie legen zu viel Wert auf die Motorisierung. Insbesondere bei der Baureihe 107 halte ich die Motorisierung für nicht wirklich wichtig. Viele Menschen, die sich ein 500er oder 560er wünschen, weil er eben die meiste Leistung hat, haben noch nie ein 280er Probe gefahren. Ein 280 SL bringt exakt den gleichen Spaß wie ein 560 SL oder 500 SL. Das Leistungsspektrum ist relativ gering. So ein 280 SL bzw. 300 SL hat um die 180 PS und so ein 500 SL in der RÜV-Version hat 245 PS. Das ist kein Riesenunterschied. Man hat auch bei dem 500er jetzt nicht die 350 PS, die vielleicht technisch möglich wären. War gar kein Problem gewesen. Auch damals schon nicht. Hat man aber nicht gemacht, weil es bei diesem Fahrzeug primär darum ging, entspannt mit ordentlich Leistung, aber vor allen Dingen komfortabel und sanft zu reisen. Und das kann man mit dem 280 SL genauso wie mit dem 500 SL oder 560 SL. Selbst der oft verschmähte, nur knapp über 150 PS starke 380 SL aus den USA, selbst der bietet Fahrspaß pur. Der hat eine etwas kürzer übersetzte Hinterachse, damit er forsch vorankommt von der Ampel weg. Macht auf Landstraßen viel Spaß. Sollte man auf jeden Fall in Erwägung ziehen. Das ist auch ein super Auto, obwohl er vielleicht bis 150 PS oder 155 PS hat. Macht genauso viel Spaß und ist nicht diese oft verschmähte, lahme Ente, wie viele Leute sagen. Teilen ist ja das auch sehr, sehr relativ. Nehmen wir mal die Baureihe 123. Wer jetzt einen 280E fährt, was die höchste Leistungsstufe der Baureihe 123 ist, der belächelt vielleicht denjenigen, der einen 100 PS starken 200er fährt. Warum? Ist das gleiche Auto, bringt gleich viel Spaß, hat halt ein bisschen weniger Leistung. Der 280E-Fahrer aber denkt sich, mit meinen 185 PS habe ich die coolste Variante. Vielleicht. Aber transportieren wir es jetzt mal auf die SL-Baureihe. Der 560SL belächelt den 280SL-Fahrer. Der 280SL-Fahrer hat aber den gleichen Doppel-Knocken-M110-Motor drin, wie der 280E-Fahrer, der sich für den coolsten hält. Also die Verhältnisse verschwimmen dann. Es ist eben alles relativ. Und egal, wie jetzt ein 200er, W123-Fahrer, 280E, 280SL oder ein 65SL, jeweils in ihrem Bereich sind die Autos 99% gleich und bringen 99% den gleichen Fahrspaß. Und ein Sportwagen sind diese Autos sowieso nicht. Egal, ob jetzt 500er, 560er oder 280er. Insofern mal gucken, mal einfach mal ein 280SL-Probefahren oder meinetwegen auch den US-380SL und mal gucken, bringt der mir nicht das Gleiche? Und wenn das bessere Auto dasteht, mit dem besseren Zustand, dann ist das vielleicht auch die bessere Wahl. Obwohl der Motor zuerst vielleicht nicht als so attraktiv erscheint. Mein Rat, alle Motorisierungen mal checken, mal schauen, ob das nicht auch was für einen ist. Und gerade für einen 280SL zum Beispiel ist das Angebot ganz interessant, weil da viele Autos sind, die eben deutlich günstiger sind als zum Beispiel jetzt bei einem 500SL. Das Thema Wunschmotor bringt mich im Prinzip auch direkt zu Fehler Nummer 8. Ich brauche unbedingt die eine oder andere Ausstattung in dem Auto. Der eine mag, klar, Klimaanlage, was ich auch ein bisschen verstehen kann. Wenn man schon mal bei 35 Grad im Schatten auf der Autobahn im Stau stand, sagt man sich, Klimaanlage muss her. Verstehe ich. Der andere möchte Sitzheizung haben. Der dritte braucht vielleicht die Notsitze, weil er die Kids mitnehmen will. Alles Argumente. Trotzdem, meiner Meinung nach muss hier wiederum der Zustand des Fahrzeugs und die Seriosität des Verkäufers, das Gesamtpaket muss über den einzelnen Ausstattungen liegen. Eine Sitzheizung kann ich durchaus später mal nachrüsten. Ist natürlich nicht so schön wie eine Originale, gebe ich zu. Aber wenn ich jetzt auf der einen Seite den voll ausgestatteten Wagen habe, auf der anderen Seite den etwas minder ausgestatteten Wagen, der aber deutlich besser im Zustand ist, deutlich besser erhalten ist, mit weniger Problemen, nehme ich lieber den minder ausgestatteten Wagen. Es geht vor allen Dingen um Zustand, um Rostfreiheit und um Unfallfreiheit. Das sind die wichtigsten beiden Punkte. Und natürlich sollte er technisch auch einigermaßen in Ordnung sein. Oder am besten perfekt in Ordnung sein. Wenn dann eben die eine oder andere Ausstattungsgeschichte nicht drin ist, wäre das, glaube ich, zu verschmerzen. Es ist durchaus möglich, so ein SL auf der Bundesstraße ohne Klimaanlage an schönen Wochenenden zu fahren. Es muss nicht immer unbedingt eine Klimaanlage drin sein, außer man hat halt diesen gerade genannten Fall, dass man auf der Autobahn im Stau steht. Ansonsten kommt man sehr gut bei einem Cabriolet ohne Klimaanlage aus. Im Übrigen ist es dann auch etwas, was nicht kaputt gehen kann, sollte man auch mal bedenken. Deshalb mein Rat hier, der Zustand ist das Wichtigste. Die einzelnen Ausstattungspunkte kommen dann erst danach. Kommen wir zu Punkt Nummer 9, der Impulskauf. Ich glaube, jeder hat schon mal irgendwie am Straßenrand ein Fahrzeug gesehen, mit dem Zettelrand zu verkaufen. Das war dann abends, der Wagen war mitternachtsblau, die Farbe sah hammer aus. Das ist genau das Angebot, auf das ich gewartet habe. Da schlage ich zu, den kaufe ich. Das ist ein Impulskauf und davon würde ich dringend abraten. Das halte ich durchaus für einen Fehler. In so einem Fall, wenn man so ein Angebot sieht und sich schockverliebt in so ein Fahrzeug, und das soll schon mal vorgekommen sein, dann auf jeden Fall nochmal klar denken, eine Nacht drüber schlafen und sich das Auto nochmal genau anschauen, bevor man jetzt Hals über Kopf zuschlägt. Da ist man meistens schlecht beraten. In bestimmten Situationen sieht so ein Auto eben besonders perfekt aus. Das ist aber nicht der immer fortwährende Normalzustand, sondern das ist eben eine Momentaufnahme. Und aus der Momentaufnahme muss man einfach mal zwei Schritte zurückgehen und sagen, ist das Auto dann immer noch so toll? Unbedingt, wie in Punkt 2 beschrieben, Probefahrt machen, das Auto genau checken, jemanden mitnehmen, der den Kühlenkopf behält und den Wagen nicht Hals über Kopf kaufen. Das gilt im Übrigen auch, wie in Punkt 1 beschrieben, für die Online-Käufe. Man sieht da ein Auto, sagt sich so, boah, ja, perfekt, kaufe ich. Nicht diesem Impuls nachgeben, sondern Kühlenkopf behalten. Wir befinden uns immer noch in einem Käufermarkt. Wir haben als Käufer für so ein Fahrzeug momentan immer noch die besseren Karten. Es gibt ein großes Angebot an Fahrzeugen, gerade bei der Baureihe 107, aber auch bei vielen anderen Oldtimern ist es so, dass die Verkäufer, auch wenn in der Retro Classics Stuttgart gerade viele Fahrzeuge verkauft wurden, was ich super finde, zeigt mir, dass das Interesse weiterhin stark ist für Oldtimer, worüber ich mich sehr, sehr freue. Dennoch ist es wesentlich leichter, ein schönes Auto zu finden, als ein schönes Auto zu einem adäquaten Kartenpreis zu verkaufen. Deswegen kühlen Kopf behalten und noch mal eine Nacht drüber schlafen. Und schon sind wir angelangt bei Fehler Nummer 10. Ich nehme das günstigste Angebot. Es gibt viele, viele Binsenmeinheiten zum Thema günstiges Angebot. Wer billig kauft, kauft zweimal. Günstig ist oft teurer. All diese Sprüche, die haben halt irgendwo auch einen wahren Kern. Es ist schon so. Denn heutzutage, in den Zeiten, wo die Leute nicht informiert waren und dachten, naja, ich habe damals so und so viel bezahlt, habe den Waren so und so viele Jahre besessen, habe das reingesteckt, dann muss ich das und das haben. Die Gedanken macht sich ja heute kaum noch jemand. Jeder, der ein Fahrzeug heute veräußern möchte, ein Oldtimer, der guckt sich die Online-Plattformen an, ist alles sehr gläsern, guckt, aha, so viel wollen die Leute für ihr Fahrzeug haben, also kann ich das auch nehmen. Da ist niemand mehr, der keine Ahnung hat und nicht vergleicht und ein Auto viel zu billig anbietet. In der Regel ist es so, wenn ein Auto zu billig ist, dann hat das irgendeinen Grund, dann hat das irgendeinen versteckten Mangel oder es stimmt irgendetwas anderes nicht. Bis hin zu Betrügereien, das war schon mal schlimmer, ist im Moment vielleicht nicht mehr ganz so, gibt es aber durchaus noch, dass das Auto angeblich im Ausland steht, es müsste eine Anzahlung an Speditionen geleistet werden, damit das Auto kommt, alles ganz seriös, das ist ein Treuhandkonto, können Sie jederzeit Zugriff haben, Western Union etc. 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 hat jeder schon mal von gehört, von diesen Betrugsmethoden, bis hin zu Bandenkriminalität, wo potenzielle Käufer zu Fahrzeugbesichtigungen gelockt werden und ihnen wird dann einfach das Geld abgenommen. Das gibt es auch und dann sitzt man den Rest des Tages auf der Polizeiwache und weiß gar nicht, wie man eigentlich anzeigen soll. Das sollte man unbedingt vermeiden, deswegen auch da jemanden unbedingt mitnehmen, damit man ein bisschen sicherer ist. Oder, was ich mir immer sage, wenn etwas zu gut ist, um wahr zu sein, dann ist es meistens auch nicht wahr. Mag sein, dass mir da in der Vergangenheit das eine oder andere Schnäppchen durch die Lappen gegangen ist, ist okay, aber lieber vertraue ich meinem Bauchgefühl, davon habe ich eine Menge und bin damit in der Regel eigentlich ganz gut gefahren. Wenn sowas so billig angeboten wird, ob es jetzt ein Auto oder ein anderer Gegenstand ist, dann ist damit irgendetwas. Natürlich kann der eine oder andere mal Glück haben und da ist jemand, der möchte das irgendwie den Gegenstand oder das Auto verkaufen und ich habe auch da einen Schnapper, gibt es. Aber wie häufig gibt es sowas heute noch? Eher selten. In der Regel ist irgendwas damit. Die guten Sachen bewegen sich alle auf einem ähnlichen Niveau. Mein Rat hier ist eher mal zu sagen, ich gehe mal eine Stufe höher über mein Budget, natürlich nicht maßlos, ich muss den Leuten jetzt nicht die Zeit stehlen, das wäre auch der falsche Weg. Bitte darum, dass niemand jetzt irgendwie sich Autos anguckt, die er sich sowieso nicht leisten kann oder möchte, nur um einfach mal seinen Horizont zu erweitern, was ja grundsätzlich schön ist. Aber der arme Verkäufer, der wendet da viel Zeit auf und es war von Anfang an vielleicht schon klar, dass das nie zum Kauf kommen kann. Das wäre dann sehr, sehr schade und ärgerlich. Aber man kann ein bisschen über sein Budget gehen und kann dann mal gucken, naja, spare ich vielleicht noch ein bisschen, habe ich dann wirklich viel mehr, kriege ich da viel mehr für mein Geld oder vielleicht hat der Verkäufer dieses Angebot ja auch schon monatelang online und ist bereit, durchaus ein großes Stück von seinem Preis runter zu gehen und zu sagen, ich komme Ihnen entgegen und jetzt passt es ins Budget, ich gebe den Wagen ab. So viel Nachfrage war dann doch nicht. Dann lieber mal ein teureres Angebot checken und gucken, ob das passt. Aber dieses, ich nehme den billigsten und die Autos sind sowieso alle gleich, das ist für mich der falsche Weg. So, das waren aus meiner Sicht die zehn größten Fehler, die man beim Kauf eines Oldtimers machen kann. Ich hoffe, dass das alles nachvollziehbar war. Wenn nicht, gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht habe ich auch den einen oder anderen Punkt vergessen. Dann gerne auch persönliche Erfahrungen reinschreiben. Wie ist der Verkauf oder Kauf abgegangen? Was hat man für persönliche Fehler gemacht? Oder welche Weisheiten wurden befolgt? Würde mich sehr interessieren. Gerne bin ich auch für jegliche Art von Kritik zu haben. Das wissen Sie. Ansonsten freue ich mich selbstverständlich über ein Like und über ein Abonnement, falls noch nicht vorhanden. Das hilft mir sehr. Und da bleibt mir nur, wie immer, viel Freude mit schönen Fahrzeugen zu wünschen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.